Ich bin hier gerade auf der Mittelpunkt. Das läuft bei dir. Ja, das läuft prima. Das ist eine blinde, das ist keine Taube, das ist eine blinde. Der hat Blackouts hier. Ja. So wie du manchmal, Schleckouts. Und was ist das für eine Pfeife? Wie bitte? Was ist Pfeife? Pfeife habe ich drei, drei Pfeifen. Welches? Zwei zeige ich, ich zeige zwei. Die dritte Pfeife. Nein, das können wir nachher bei Orion machen. Die kennen das alles. Die freuen sich. Seid ihr auch Kunde bei Orion? Ja. Könnt ihr mir mal da ein Kondom in meiner Größe besorgen? Ja. Ja. X, Y, X. Okay. Nein, das müsst ihr bezahlen. Das soll ja ein Geschenk sein. Du weißt, wegen das kannst du in den Knast gehen. Wie, wegen das? Das kannst du in den Knast gehen. Wegen was? Wegen was du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Das ist sexuelle Belästigung. Ja. Was denn? Was haben sie gesagt über Pfeife? Ja, was habe ich denn gesagt? Was? Über Pfeife? Pfeife? Ja, ich habe drei. Diese hier mit dem Sherlock Holmes drauf. Auf dem silberen. Wenn sie so... Und diese und dann noch die zwischen den Beinen. Ja, wenn sie sagen was zu den Mädels. Die Mädels können ja anzeigen wegen sexuelle Belästigung. Ja, das macht ja nicht. Ich habe ja Anzeigen genug. Die schmeiße ich sowieso weg. Ja. 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 Wie ist was los, oder? Wir können uns doch auch vom Sehen, oder nicht? Ja. Wie bitte? Doch. Wie bitte? Ja, im Film, im Fernsehen, oder? Ja. Wie bitte? Mr. Beam. Ja, richtig. Jetzt fällt mir das auch ein. Ja. Mr. Beam, das ist mein... Mein... Der ist bei mir in der Ausbildung. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Lena. Das ist keine Taube, das ist eine Blinde. Du kriegst ordentlich was rauf auf dem Film. Ja, natürlich. Dann zeig ich dir nicht deine Frau, bitte. Das geht in YouTube. Nein, dann hast du schlechte Karten. Wieso? Die liebt mich nicht richtig. Das geht in YouTube. Oder die Pfeife geht in YouTube. Wie bitte? Oder die Pfeife geht in YouTube. Ja, das ist... Das ist in Ordnung. Das ist genau richtig. Das ist super. Bitte setzt das in YouTube. Ja. Jo. Was gibt's da zu lachen? Was ist da zu lachen? Ja. Darf ich mal gucken? Nee. Nein. Ja, hier läuft immer der beste Film. Mann! Mann!